Hallo, was waren Sachen? Ja, ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen, ihr alle echt das aus einem Hasenbau ausgebrüxt. Oder aus dem Wunderland. Egal, woher herkommt, die Realität scheint es nicht zu sein, denn er hat wieder Märchen aus dem Paulona-Garten mitgebracht. Er hat die letzte Woche zwei Videos getropft. Auf das erste wollte ich schon antworten, weil mir da ein paar Sachen aufgefallen sind, die nicht erwähnt worden sind. Für die ich aber ein bisschen recherchieren wollte, um sicherzustellen, dass ich richtig liege und mir kommen gleich drauf zu sprechen. Und ich nutze das einfach das zweite Video, wo er sich halt einfach noch mal ins Knie schießt, um jetzt mein Video zu machen. Für die Klicks oder so. Ja, der Allerechte war wieder da und hat ein Wunderwerk an Videokunst in das Netz geblasen, in dem er beweisen musste, dass er ja doch echt ein toller Kerl ist und ganz viel Geld, Autos, Häuser oder Wohnung und was weiß ich nicht alles hat. Was ihm am Ende gar nicht gehört. Das meiste wurde die Bank auch schon von anderen Leuten. Nun, das werden wir jetzt von einfach einfach mal durchgehen. Das erste Abo-Red tut ja aus einem eigentlich recht schicken Office-Filme, das nichts seines ist. Was auch nicht seines kann, dafür gehört es halt anscheinend einem Buddy von ihm. Ihm kann das Office auch nicht gehören. Selbst wenn er wollte, könnte er keines mieten. Wir kommen gleich noch dazu, wenn wir über seine Bleibe sprechen, weil da habe ich etwas ganz Interessantes herausgefunden. So. Zum Thema Office. Wie gesagt, das Office ist nicht seins. Selbst wenn er wollte, könnte er keines mieten. Das ist nur ein Kumpel von ihm und er hat auch anscheinend sehr fleißig dabei geholfen, generell das Video zu machen. Man sieht ihn hier und da mal in der Spiegeluhe in dem tollen Auto. Hier schon mal ein kleiner Vorgeschmack von dem tollen blauen Auto. Ich kenne mich nicht mit blauen Autos aus oder generell mit, außer es hat vier Räder als ein Autoschick. Ja, wie gesagt, nicht sein Büro. Kuchen hat das auch nochmal schön zusammengefasst. Einmal bitte Kuchen übernehmen. Allerechte, heftige Büro, was er sich natürlich angemietet hat. Ich meine, schaut euch mein Office an, das ich angemietet habe. Ich habe hiermit die beste Lage in Dubai. Ja, das Ding ist, dass das halt anscheinend nicht das Büro von UpRed ist, sondern von Ferhat Dubai. Der hat da nämlich auch einige Büroräume und das ist an mehreren Sachen zu erkennen. Sie haben den gleichen Sessel, das gleiche Wasser, den gleichen Tisch, die gleichen Fenster und das gleiche Telefon. Oder UpRed hat sich ein paar echte Einrichtungstipps geben lassen. Kann natürlich auch der Fall sein. Ja, danke Kuchen erstmal für diese Erklärung. Es gibt auch noch einen weiteren Grund, warum ich denke, dass das nicht UpReds Mietbüro ist. Ich komme ein bisschen später nochmal darauf zu sprechen, wenn wir uns UpReds Bleiber ansehen. Da passt das glaube ich ein bisschen besser, warum ich denke, dass nichts, was er sagt, halt irgendwie Hand und Fuß hat. Das Video Nummer zwei kam halt auch aus dem selben Bürogebäude. Eventuell dem selben Rahmen. Ich bin mir nicht sicher, für mich wirkt das so, als könnte er tatsächlich einen Stockweg tiefer sitzen im zweiten Video. Was auch die Umgestaltung erklären würde. Vielleicht hat einfach der Kollege zwei Büros. Es ist halt auch schwer zu erkennen, weil der Kamerawinkel doch unterschiedlich ist. Weil ich hatte einfach, ja, vielleicht ist es der Winkel, der täuscht. Oder er hat auch spontan umgeräumt. Vielleicht hat er doch zwei Räume. Vielleicht hat er auch zwei verschiedene Kumpel im selben Bürokomplex. Kann ja auch sein. Wie gesagt, das ist ja ein richtiger Turm. Ich lenne hier mal so ein Bild an. Das ist halt hier so ein monströses Bürokomplex. Also das ist schon viel Haus mit vielen Räumen für viele Büros. Vielleicht hat er einfach zwei Büros. Vielleicht hat er zwei Kumpel. Vielleicht hat er auch einfach spontan einfach mal umgeräumt, weil er es irgendwie schöner fand. Wer weiß, wer weiß. Ist jetzt an und für sich eigentlich auch egal. Wie gesagt, selbst wer halt in Dubai arbeitet, sich so ein Büro zu mieten, ist jetzt auch kein Hexenwerk. Das ist jetzt keine große Kunst. Kommen wir zum zweiten. Was uns erstmal entgegenspringt, ist dieser tolle Geldkoffer mit dem gar nicht verdächtig aussehenden Geld da drin. Die nicht aussehen wie gerade frisch gedruckt und gebügelt. Dazu hat Tobias Huch was zu erklären. Man sieht es einfach daran, wenn man mehr reinzoomt. Da müsst ihr wirklich tief reinzoomen und die Scheine vergleichen. Das bedruckte Papier von UpRed hat nirgendwo eine Seriennummer. Die markante grüne Seriennummer. Hier. Da. Und hier. Die fehlt. Sowohl oben links als auch mittig rechts. Ein Koffer randvoll mit wertlosem Papier und weniger wert als ein Haftbefehl zur Abgabe der eidesstattlichen Versicherung. Hm. So. Das hat Spaß gemacht. Danke Tobias für diese Weisheit. Also so viel zu den Dollars. Die sind, ähm, ja, Spielgeld, Fernsehgeld, nicht echt. Ähm, wer genau hinschaut, wird zwischen den einzelnen Dollars auch noch ein bisschen was anderes erkennen, den Dirham. Der hat sich da ein bisschen mit reingemogelt. Äh, wer den nicht kennt, nicht so schlimm, Apporet zeigt uns den im zweiten Video nochmal ein bisschen genauer, weil, ähm, Apporet-Logik ist folgende. Ihr sagt, dass die Dollars falsch sind, also zeige ich als Beweis, dass die Dollars echt sind, die echt mit dir habs. Ähm, ja. Die Logik funktioniert anscheinend auch nur im Wunderland. Generell ist Apporet ja nie der Bringschuld. Er muss nicht das beweisen, was er behauptet, sondern es ist andersrum. Du musst beweisen, dass er gelogen hat, wenn er was sagt. Weil so funktioniert das anscheinend. Ach ja, noch was. Äh, alles Gute zum Nicht-Geburtstag. Hm. Der Gutmacherl ist Grüße und der Aprilhase. Ähm, ja. Und auch kurz zum Dirham, äh, der Wechselkurs zwischen Euro und Dollar und Dirham und Euro, es ist ein bisschen anders. Der Dirham schneidet da ein bisschen schlechter ab. Und der Dirham sind so Pima da um 25 Euro. Also, ähm, ja, doch nicht mehr ganz so viel. Es wird immer weniger, was er da hat. Ich mein, es ist immer noch ne gute Menge, die er da hat. Aber halt nicht mehr wirklich annähernd das, an was er behauptet. Wenn das überhaupt überall 500 Scheine, also 500 Dirham Scheine sind. Wer weiß, weiß nicht. Auch der eine oder andere Fünfer darunter geschmuggelt. Man kann sich bei ihm halt echt nicht sicher sein. So. So viel dazu. Ich glaub, das einzige Echte daran ist der Koffer. Vielleicht ist es auch das Einzige, was ihm gehört. Muss ja irgendwo auch auf Reise gehen. Da tut ein Koffer vielleicht ganz gut. Apropos Reisen. Wie wär's dann mit einer Spritztour? Apropos hat uns auch ein tolles Auto zu zeigen. So ein großes, blaues Auto. Ich hab schon wieder vergessen, was das für ein Auto war. Ist jetzt eigentlich auch vollkommen egal, was das für ein Auto war. Hin und wieder gibt's ein kleines Easter Egg. Da zeigt sich der Kameramann in der Lackspiegelung. Das ist auch zufälligerweise der Kollege, dem die Büroräume gehören. Also der, die gemietet hat. Ja, und zu dem Auto gibt's ein paar Sachen zusammen. Viele gehen davon aus, dass es ein Mietswagen ist. Ich geh auch davon aus, dass es ein Mietswagen ist. Aber nicht aus dem Grund, den viele andere nennen. Denn viele gehen davon aus, dass durch diesen Aufkleber, der in der Scheibe ist, mit einer Keynummer drauf. Dass das das Zeichen ist für halt die Autovermietung. Ich hab geguckt, ob ich die Autovermietung finde. Weil man kann's ganz grob erkennen, dass auf dem Ding Salkis steht. Oder Salik steht. Ja, Legacin schlägt zu. Da steht Salik drauf. Und das ist sowas wie die Maut. Also das kann man so ähnlich sehen wie hier die Maut. Das hat halt jedes Auto, die das bezahlt hat. Das ist für Mietsfahrzeuge so, das ist für Privatfahrzeuge so, das ist für geschäftliche Fahrzeuge so. Die kriegen alle so einen Kleber drauf mit einer Nummer, dass die gezahlt worden ist. Und die ist dann auch mit den Fahrzeugpapieren abgeglichen. Davon kann man nicht ausgehen, dass das ein Mietswagen ist. Aber wie komme ich denn dennoch drauf, dass das trotzdem Mietswagen sein könnte? Es ist so eine Eigenart, die hier nicht gemacht wird oder hier auch gar nicht gemacht werden darf. Dubai tönt ihre Autoscheiben. Die Autoscheiben von dem Auto sind auch getönt. Aber sind leicht getönt. Nur so ein bisschen. Normalerweise, wenn man ein privates Auto hat, ein Privat-Pkw, tönt man die Autoscheiben deutlich dunkler. Einfach um der Sonne entgegen zu wirken, weil Dubai Wüste, Dubai viel Sonne. Man muss ja gucken, dass man da möglichst viel Schutz und einfach für sich ein bisschen Wohlbefinden, dass man die Sonne ein bisschen von sich wegkriegt. Dementsprechend werden diese Autoscheiben dunkler getönt. Bei Miets Auto darf man das nicht machen. Die dürfen nur so halb getönt sein, nenne ich es jetzt mal. Die dürfen nur so leicht zertönen haben. Eine Sache, die ich noch interessant finde oder erwähnenswert finde bezüglich vom Fahren in Dubai. Wer darf wie wann was fahren? Hier aber Achtung, Halbwissen am Start. Ich bin mir nicht hundertpro sicher, ob ich das richtig verstanden habe, weil Gesetze sind noch mal verwirrend und Gesetze in anderen Sprachen sind noch mal verwirrender. Falls hier jemand sich auskennt ein bisschen mehr oder vielleicht sogar in Dubai oder so wohnt und sich da mit den Gesetzgebungen ein bisschen besser auskennt wie ich, der darf mich gerne korrigieren. Soweit ich es verstanden habe, gibt es gewisse Vorschriften, die man haben muss, um Auto fahren zu dürfen. Zu einem halt einen Führerschein, da unterscheidet man, hat man einen inländischen Führerschein, also einen aus Dubai oder einen ausländischen. Man darf mit den meisten ausländischen gar nicht fahren. Man muss einen international gültigen Führerschein haben und dann darf man nur Mietswegen fahren oder Fahrzeuge, die nahen Verwandten, sprich Bruder, Schwester, Mama, Papa gehören. Andere Autos darf man gar nicht fahren. Für alle anderen Autos benötigt man ein Visa. Also wenn jetzt ein Auto von einem Freund fahren möchtest, weil er freut, was gemietet hat oder gekauft hat, darfst du das ohne internationalen Führerschein und Visa nicht. Oder du brauchst halt einen Dubai-Führerschein. Da bin ich mal auch nicht sicher, wenn man halt trotzdem Dubai-Führerschein hat, ob man auch nicht trotzdem noch das Visa braucht. Ja, vielleicht macht sich Aporette sogar hier strafbar, weil er das Auto fährt, was höchstwahrscheinlich nicht seins ist. Ja, ich glaube auch nicht, dass das Aporette- Wagen ist, weil wie viele andere schon gesagt haben, er fährt ja mit dem Ding nicht mehr die Tiefgarage von seinem Apartment. Und hier schließt sich Aporette ein weiteres Mal glorreich ins Knie. Ihm war es sehr, sehr wichtig, dass er nicht in einem Hotel wohnt, sondern dass er sich eine Wohnung gemietet hat, dass er sich da ein Apartment geholt hat. Und er zeigt auch einfach eiskalt das Hotel mit der Ankündigung, dass er darin eine Wohnung hat. Und das Hotel ist jetzt auch nicht sonderlich schwer zu finden. Das hat ja schon eine sehr, sehr unique Form. Zumal Mimi hat uns ja schon vorher gesagt, wo er gewohnt hat in Dubai. Wir haben einfach nochmal abgeglichen. Ja, bitteschön, das ist dasselbe Hotel. In einem Hotel hat man keine Mietswohnungen. Wenn man es irgendwie dreht und wendet, mietet er sich ja eine Wohnung, wenn man sich im Hotel ein Zimmer mietet. Er wohnt halt in einem Hotel. Ich weiß nicht, was daran so schlimm ist, wenn man halt reist, dass man im Hotel wohnt. Aber Aporette ist das ja alles schlimm, im Hotel zu wohnen. So, und kommen wir zu einer Sache, die ich komischerweise noch nirgends anders gehört habe, aber mir als erstes so ein bisschen in den Hinterkopf geschossen ist. Deswegen wollte ich eigentlich auch wegen dem ersten Video mit drüber reden. Weil es gibt da so eine Sache. Aporette ist ja dann momentan ja sehr viel auf Reisen. Wo er jetzt denn wohnt? Gemeldet ist ja höchstwahrscheinlich ja tatsächlich in Deutschland. Er hat ja da auch, ja, eventuell eine Frau mit Wohnungen. Keine Ahnung, wo die Frau geblieben ist. Ob die mit ihm reist oder wahrscheinlich, ob die in Deutschland bleibt, weiß am Ende kein Mensch. Wie sieht's aus? Und das ist ein guter Grund, warum ich denke, dass Aporette keines dieser Dinger, die er uns gezeigt hat, weder Büro noch Auto noch eine Wohnung in Dubai besitzt, sondern er ist tatsächlich einfach Gast. Er hat einfach schlichtweg kein Visa. Weil ohne Visa kann er sich nichts von den Sachen holen. Er kann sich ohne Visa kein Mietswagen holen auf längere Zeit. Ich weiß nicht genau, wie es aussieht, ob man halt mit einem, äh, als Gast sich in manchen Dingern, äh, also in manchen Autovermietungen was holen kann. Da bin ich mir nicht sicher. Er kann sich aber auf jeden Fall keine Wohnung holen, keine Wohnung mieten, dementsprechend halt auch keine Büroräume mieten. Also das alles, was er gezeigt hat, kann nicht seins sein, weil ich stark davon ausgehe, dass Aporette einfach kein Visa hat. Ja, oder auch eine Sache, die ich noch nie angesprochen gehört habe, ist, Dubai war doch eigentlich dafür bekannt, sehr hart mit Kritik umzugehen oder generell mit dem, was seine Influencer denn so postet. Vielleicht ist ja da grad das Loophole, was auch, ähm, gesehen wird bei Aporette. Ich bin da ein bisschen, ein bisschen verwirrt, was diese ganze Geschichte angeht. Wie gesagt, Dubai ist ja eigentlich dafür bekannt, oder ich hab das auf jeden Fall so im Kopf noch einiges gesehen. Die Influencer, die nach Dubai gekommen sind und von Dubai bezahlt werden und da Dubai halt als Influencer leben und arbeiten, die werden, soweit ich das mitgekriegt habe, doch sehr gut überwacht, was ihr Content ist und alles, was halt nicht gut darstellt, also alles, was das Land irgendwie in einem schlechten Licht rücken könnte, wird unterbunden. Und, ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass das Video, was Aporette hochgeladen hat, dass irgendwie auch nur ein gutes Licht für Dubai sein kann. Vielleicht ist das ja dann so ein Loophole, dass er gerade kein Visa hat, dass er da einfach im System nicht drin ist und würde wieder dafür sprechen, dass er kein Visa hat, weil er halt einfach komplett unter dem Radar von Dubai fährt. Was auch für ihn halt schlecht ist, weil der allerechte Hase, der nach Dubai geht zum Steuersparen. Newsflash, ohne Visa kriegst du auch die steuerlichen Vorteile von Dubai nicht. Ja, Operation Steuervorteile in Dubai haben jetzt nicht so gut funktioniert. Doof gelaufen. Musste ja aber leider aufs Isti raus, weil er da auch kein Visa hatte, sonst könnte er ja länger wie drei Monate da bleiben. Dann wird's jetzt heißen, einfach im Kreise drehen. Isti-Dubi-Deutschland, isti-Dubi-Deutschland oder so. Immer wieder umziehen. Ist doch scheiße anstrengend. Naja, aber es ist ein Problem, nicht meins. Auf jeden Fall können wir gespannt sein, was für wirre Geschichten uns der allerechte Hase aus dem Wunderland wieder erzählen möchte und dass wir beweisen müssen, dass er lügt. Auch so schön, diese Absurdität von wegen. Ja, komm zu mir, ich zeig dir das dann. Ja, er ist in der Beweisschuld. Er stellt Behauptungen auf, aber du musst das persönlich mit ihm klären, weil er irgendwas sagt in der Öffentlichkeit. Die Logik dahinter. Fabulus. Ja. Äh, soviel zu meinem Gedankendurchfall zu diesem ganzen Thema. Ich fand's ein bisschen seltsam, dass, äh, grad niemand über die Geschichte von wegen Visa nochmal, äh, genau unter die Lupe genommen hat, weil ich das schon interessant fand, ne? Grad, was es einfach bedeutet. Es ist ja nicht jedem unbedingt bewusst, dass halt, wenn kein Visa hat, darfst du diese ganzen Sachen nicht machen. Du darfst halt, wie gesagt, keine Mietswohnungen haben, keine Mietsräume generell. Du kannst dir eventuell vielleicht nicht mal ein Auto mieten, da bin ich mir nie sicher, ob man da halt auch mit einem, als Gast ein Auto mieten kann, wenn er dann einen internationalen Führerschein hat. Wahlweise, ne, auch mit Verwandten, du brauchst einen internationalen Führerschein. Vielleicht hat er den ja auch nicht. Vielleicht hat er nur einen deutschen und ich weiß nicht, ob der international ist. Ich bin noch nie so wirklich hier rausgekommen und, äh, musste Auto fahren. Ich hätt hier kugeln können, hab ich jetzt aber keine Lust. Das ist das letzte, was ich jetzt nicht googeln werde. Das ist für die Kommentare. Könnt ihr mal schreiben. Ist das jetzt deutsche Führerschein International, ja oder nein? Vielleicht was in den Kommentaren stehen. Ja, wie auch immer. Hier war mein Gedankendurchfall zu den letzten beiden ApoRed-Videos. Ja, war mal immer wieder schön. Immer wieder spannend, was so Geschichten passiert. Dann, ähm, wünsche ich euch noch einen schönen Tag und lasst doch ein Like und ein Abo da, wenn euch das gefallen hat und, ähm, ciao, ciao. Ciao.